Heyo, hier ist Sonja und wir spielen heute mal wieder Scribillio mit Flo und Topps. Falls ich übrigens gekickt werde, ein bisschen Schlimmeschein. Okay Topps, was wird das? Trauerspiel wird das. Trauerspiel, okay. Das ist ein Fernseher. Nein. Das ist ein Koffer. Ja, das eine Wort ist schon mal richtig. Also das eine Wort, das ist das letzte. Haha, Topps auch ein Koffer. Da. Okay. Nächstes. Ist ein zusammengesetztes Wort, oder wie? Hä? Das ist ein zusammengesetztes Wort. Kein zusammengesetztes Wort, Runde. Ja, was ist das? Also es ist ein zusammengesetztes Wort, doch. Ach, Topps. Was ist das denn? Dunkel. Was soll das darstellen? Das linke. Das soll einen Typen darstellen, der den Leuten hilft, wenn sie krank sind. Alter, was? Was? Das sieht aus wie eine Relikt aus der Axe-Souls. Da, hier ist ein Typ. Der hilft. Achso, okay. Ja, der hat dann so ein... Drittster. Da. Wie ist das denn? Oh, ist das? Okay, oh. Ich hatte einen Auswahl zwischen Kim Kardashian wie Laura. Kim Kardashian hättest du bestimmt mal einen können. Wie? Wie? Ich kenne nicht meinen Mord. Okay, ähm, Achtung, ein schweres Wort, okay? Okay, okay. Also achtet ganz genau zu, ähm, boah, wie mache ich es am besten? Okay. Das ist ein komplexes Wort. Ich will mal wieder gewinnen. Ich habe lange nicht mehr gewonnen. Was ist das? Was ist das? Okay. Grau? Okay. Es ist noch nicht ganz erkennbar. Also, ähm... Nee, ist es nicht. Wenn ihr es jetzt erkennt, das wäre ein bisschen sehr weird. Warte mal, so, okay. Nee, Tops erkennt das jetzt gleich. Jetzt kommt... Äh, 2019. Okay. Und, äh, das worauf es ankommt, ist folgendes. Warte. Okay. Was ist das? Was ist das? Tops. Nö, warte. Wer hat dieses Prinzip, äh, in der, Dings fixiert? Oh, okay. Ich dachte, erst, es soll so eine Art Erdschichten-Sache sein, weil es so Himmel-Dings... Ja, ja, ja. Das gibt es gar nicht, oder? Okay, also, das... Gibt es nicht ja noch Awards, Darwin Awards, für die dümmsten Tode oder so? Ja, genau. Ja, Darwin hat Evolutionstheorie. Ja. Obstellt. Aber, so. Ups. Am Anfang sah es aus, ob es noch rund wird, aber dann hat es nicht geklappt. Das ist safe in Pokémon. Nein. Das, liebe Freunde, ist eine Bratpfanne. Okay? Äh, PlayerUnknown's Battlegrounds. Nein. Aber guter Guess. So, jetzt nehmen wir das hier. Das ist eine Zubereitung, ja? So, dann nehmen wir... Dann nehmen wir sowas, oder nehmen mehrere. Okay? Und das kommt dann in die Pfanne. Ja? Dann sieht man so eine Art... Äh... Sowas. Sich rausbilden, wenn man das in die Pfanne wirft. Und dann nimmt man vielleicht... Hä? Sagen wir mal, nimmt man so eine Art Schaber. Und dann rührt man da durch. Und was macht man dann dadurch? Hä? Eine Eierspeise. Ja, Spreise. Du siehst nicht den Ackerland? Das Ackerland. Was ist das in der Traschenlampe? Den Ackerland. So. Das wird dann nämlich zu das hier. Zu dem hier. Das Küken. Was ist das? Nein, das ist kein Küken. Deswegen habe ich ja den Prozess gemalt. Wenn ich nur das gelbe, gematschige gemalt hätte, hätte man es nicht erkannt. Ausbrüten. Was? Nein. Das ist eine Pfanne. Was? Rühre Ei. Was für ausprobiert. Was ist das Wort, Florian? Ich dachte, das wäre ein Küken, was gekocht wird. Nein. Okay, Flamm. Nein. Okay. Guck doch hin. Guck doch hin. Das ist kein Küken. Wo ist denn das Küken? Ja, aber du hast doch... Ja, zuerst ist ein Ei. Dann ist das Ei kaputt und dann kommt das Küken raus. Nein, nein, das ist ein Spiegelei. Und dann rührst du das und... Was ist das denn schon wieder? Tops. Das ist das. Tonja. Vorhang. Fluss. Nein! Easy. 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 Easy erster Platz. Easy. Was ist das? Nice. Ich habe schon wieder ein richtig geiles Wort gefunden. Nice. Topps, bitte. Nein. Okay. Warte, jetzt kommt erst mal wieder Topps ins Spiel. Okay. Ich herz' euch. Jede einzelne Phase meines Lebens müsste ich euch einfach treten. Flur, du hast die Hose falsch gemacht. Das ist wirklich geil. Du kannst ja auch mal eine neue Hose anziehen, Topps. Das hört jetzt echt so aus. Langsam wird es unhygienisch. Okay. Was macht Topps da? Aber das sollte anders geschrieben werden. Schminken. Das... Ich muss noch so matchen. Und was genau ist das von ihm? Sein wahres Selbst. Ah, okay. Aber... By the way... Okay, warte. Ich mache es ein bisschen besser, warte. Okay, es ist ein Spiegel. Äh... Das ist echt nicht schwer. Es hat ein X drin. Ronja, vote kick. Ronja, vote kick. Ronja, vote kick. Ronja, vote kick. Vote kick. Warte, du kannst schon auf 3, 2, 1. Beschreibst du X. Schlecht, vote kick. Es ist wirklich schön gemacht. Okay. Also. Flo, vote kick. Es ist, äh... Bisschen dunkler, ja? Flo, vote kick. Flo, vote kick. Ich will erst mal wissen, was das ist. Also, ich mache es mal, glaube ich, mit einem helleren Ton. Ich glaube, wir haben den vorher immer mit dem... Aber das ist Topps. Das weiß ich. Weil Topps immer vorkommt. So. Tricks, Topps ein Kleid. Nein, nein. Das ist Topps Overtail. Das mache ich immer so. Ronja, merkt ihr eins. Die werden es sonst sehen, auf der Gamescom, ne? Ja, was ist denn so schlimm? Ich bin ganz schnell. Ups. Egal, das sind seine Beine. Was soll ich noch sagen? Ja, kommt noch, kommt noch. So wie ein Stuhl. So. Upsi. Ähm. Ist ganz schön fett, Fräulein. Zack, der Windows aktivieren. Nice. Wenigstens hat Topps ne Glatze. So. Akkurat. So, das ist Topps. Ohne Arme. Aber jetzt hat er... Ja, er hat keine Arme. Aber jetzt hat er dafür was anderes. Sanja. Ja. Was soll ich denn da jetzt Windows aktivieren? Das war die ganze Zeit nicht da. Ein armlosen Vampir. Okay. Okay. Das ist, das ist das Einfachste, was man jetzt haben kann. Ähm, warte. Das ist kein Auspuff. Okay, du schreibst einfach was. Das Spiel ist... Das Spiel ist... Hä? Ach so. Hä? Mal Wochenende ist es nicht. Topps. Oh, das ist doch gut dargestellt. Es ist gut dargestellt. Wirklich hübsch gezeichnet. Oh, was mach ich denn? Oh, oh Gott. Auspuff. Irgendwann. Das Topps. Ja. Oh, der ist schön. Guck mal. Du kriegst sogar Haare diesmal. Roadkick Ronja. Topps, wir haben auch immer alle Roadkicken zu bringen. Können wir nicht ferschehen? Wir können nicht alle Roadkicken. Ich will nur euch Roadkicken. Alter. Ist das ein so ein Zahn? Anja Roadkick. Du willst es auch. Nein, ich will es nicht. Anja. Ich will bestimmt wissen, was es ist. Ich will wissen, was es ist. Sowas von. Es ist Topps als Frau. Nö. Warte, das sollen so Heels sein. Alter, wie? Wie? Was soll das sein? Da hoch. Hä? Wir haben so eine Hakel in der Hand. Okay. Was soll das denn sein? Das ist richtig. Flo, ich glaube, so funktioniert das nicht. Oh, Roryan. Wenn ja. Roadkick. Ich würde noch einen Daumen hoch geben, wenn ich könnte. Alter. Strider Bruder. Topps ist echt nicht schwer gewesen. Ja, das ist echt so. Okay. Die Dinger waren mal cool. Ah, ich war's langsam. Du bist dumm dafür, Florian. Topps, ich bin direkt hinter dir. Ich führe. Fühlt sich gut an. Der, 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 der. Ähm. Der, der, der. Bei seinem Buch. Das, der, der ist. Das, der, der ist. Äh, Topps, warum machst du immer so richtig komisch sagen? Das, der. Topps malt auch immer so umständlich. Was ist das? Topps. Sieht immer aus wie ein Vulkan und wie ein... Achso, es ist wie eine Straße, hm? Mhm. Here we go again, hm? Ähm. Okay. Das ist ein Baum. Das ist sehr windig. Oder das ist ein Mensch, der umgeknickt ist. Das sind Menschen, die umgeknickt sind. Ich glaube, das sind Bäume. Nein. Ich glaube schon, Tops. Äh, äh. Doch, doch. Nein. Okay. Äh. Ich mache es extra, damit ihr es nicht erkennt. Damit ich länger zeichnen kann. Okay, super. Ist das wieder das Gleiche? Oh, nein. Das wollte ich nicht. Oh, nein. Dope. Was ist denn das? Ähm. Da hat gerade Kim Jong-Un was getestet. Oh mein Gott, ich kann nicht schreiben. Oh, danke, Ronja. Nein. Ich habe schon wieder falsch geschrieben. Explosion. Oh nein. Oh nein. Gott im Himmel. Warum habe ich... Oh. Ich kann nicht tippen. Oh Gott, das ist alles furchtbar. Wie macht man denn Bandnudeln ordentlich? Ich bitte euch. Das ist halt so doof. So. Flo, wie zur Hölle hast du das hingekriegt? Ja, warte, mach weiter. Ich habe Ackerwirtschaft sortiert. Das ist ein Acker mit einem Traktor, mit einem Anhänger, mit so einer Anhängervorrichtung, die nur laut den A4 Normvorrichtung erlaubt ist. Das ist eine Treppe. So, warte mal, äh, ich versuch's zu zeichnen. Es ist echt hässlich gezeichnet. Das ist eine Rolltreppe. Wow. So, ich hasse dich langsam. Wie hast du das so schnell da raten, Flo? Hey, guck gerne nach oben auf den Bindestrich. Oh, okay. Okay. So, okay. Ich mach was, was ich schnell mal alle Zeit erkennen kann. Ich will gewinnen. Ich bin nicht so weit hinter Flo. Was ist denn das schon wieder? Das ist ein Abhang. Das ist so ein Auto. Oh, nein! Da sitzt einer drin. Hallo? Hallo, PC? Okay. So, und der fährt auf die Zoo und dann fliegt da rüber. Und das Ding nennt man einer Flucht. Nein, das Ding. Das gesamte Ding. Die Kante. Der fährt jetzt. Der fährt drüber. Eine Schanze. Und Traktoren können das nicht machen. Weil Traktoren haben sehr große Reifen. Er nutzt den Schwung. Traktoren haben mehr als 23 Zoll. Ja, es gibt doch so Stuntsachen. Die, die nehmen das. Rampe, alter. Hey, das ist doch wohl Ronja. Top Snü. Weißt du was, Ronja? Ich kick einfach Flo. Da wäre ich Erster tatsächlich. Ja, ne? Sieht aus wie eine Klobrille. Ronja, ich weiß. Steffen, die höher ist halt auch. Okay, es sieht nach wie vor aus wie eine Klobrille. Okay. Welter? Nordpol ist falsch? Wieso ist es nicht der Nordpol? Ronja, denk ein bisschen um. Nein, du siehst es auch nicht. Okay, warte. Ich mach dir noch eine Hilfe, okay? Okay. Das ist der Mond. Warum ist der rot? Das ist nicht der Mond. Das ist ein Objekt. Das ist eine Uhr. Nö. Oh, komm schon, das ist echt nicht so... Au. Oh. Okay, 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 okay. Alter! Oh Gott, was ist das denn? Das ist nicht so schwer. Wie soll ich das denn behalten? Äh. Okay, wir machen jetzt das Einfachste, weil der Rest unmöglich war. Okay, ja? Wir haben hier, haben wir einen sogenannten Tisch. Ja? So. Und dann haben wir zum Beispiel hier so eine Art Glas. Ja. Und jetzt kommt... Tops. Upsi. Ist egal, ja? Es geht ums Glas. Und ihr wisst, dass es auf einem Tisch steht. Und jetzt legt man da... ...was drunter. Weil jemand gesagt hat, nee, 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 mach keine Flecken auf den Tisch. Ha! Ja! Und... Jetzt mach ich den Hintergrund wieder anders farbig. Wie heißt dieses Ding? Komm schon, Flo, bitte. Ackerland. Nein. Flur gewinnt schon wieder. Das ist doch rigged. Das ist doch rigged. Das kann ich... Ich bin schon wieder dritter. Ich bin schon wieder dritter. Früher habe ich nur gewonnen, aber mittlerweile einfach gar nicht mehr. Ja, weil wir das Spiel damals nicht kannten. Ja, ich weiß. Und jetzt wissen wir, wann es ein Auspuff ist und was nicht. Ich weiß. Das ist Mist. Könnt ihr nicht einfach das Spiel wieder nicht kennen? Sehr gut. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!